hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu return to monkey island freue mich dass ihr wieder mit dabei seid ja wir brauchen einen gegenstand und ich bin mir ziemlich sicher dass es das gedichtband ist deswegen gehen jetzt auch noch mal runter irgendwie müssen wir den auf jeden fall helfen was geben bringt mich immer wir reden noch mal mit ihm vielleicht gibt es noch was willst du würdest du mir jetzt wo sie fertig sind deine gedichte zeigen was damit du sie stehlen kannst ich glaube nicht okay haben wir hier irgendwie noch was nee das ist noch zurück an die oberfläche schauen wir mal in unser inventar was hat man eigentlich alles der schlüssel was über den mal über den schlüssel verdient museums vitrine kichern okay das monocle das war eine gute idee sie vergrößern die dinge noch besser seit ich sie zusammengeklebt habe können wir sind dir abkaufen kann ich dein gedichtbuch kaufen nein okay also kaufen können wir es auch nicht die feder können wir das geht gar nicht okay messer drohen nee geht auch nicht wie sie denn was waren das wenn wir sie den kater hat es würde doch passen ich habe ein freund der eine zeitung herausgibt er könnte sich für deine gedichte interessieren das wäre fantastisch aber ich bin im moment ein wenig in verlegenheit weil ich am ruder fest hänge und so vielleicht könntest du deinen befreundeten herausgeber meine arbeit zeigen das mache ich gern und lasst uns das einfach für uns behalten wenn es dir nichts ausmacht bis sie angekündigt werden schweigen wir genau das ist dieser gegenstand den wir auch brauchen perfekt das war jetzt einfacher als erwartet da muss man noch manchmal noch mal schauen was man so im inventar alles hat lasst uns mal die gedichte von gulett überfliegen das sind wirklich schlechte gedichte ich verstehe warum gulett sie geheim gehalten hat okay also zurück zu den drei piraten so guck mal das vier ist weg ich wollte noch mal schauen ob aber was mit dem viel machen können aber das ist weg na gut dann war es wohl auch nicht wichtig waren die geräusche ganz normal es ist ein stück treibholz das am strand angespült wurde ich weiß wie sich das anfühlt können wir da irgendwie ein bisschen holz raus schnitzen geht nicht moment mal da haben wir den tintenfisch ich bin nicht einmal ein fan von lebendem tintenfisch der ist neu können wir irgendwas mit dem machen ich bin nicht einmal ein fan von lebendem tintenfisch ja ich dachte man kann irgendwie was machen weil tintenfische und tinte und so weiter und so fort kann man den anstubsen nähe messer ein tentakel abschneiden okay das geht wir haben ein tentakel und es ist ein purpur tentakel da das ist irgendwie beängstigend da muss man aufpassen na gut okay dann zurück hierher zum gigantischen affenkopf wir haben nämlich jetzt was was sie brauchen hey partner hast du etwas geheimes von einem mitglied der mannschaft mitgebracht ja haben wir ja galet hat das geheim gehalten kannst du damit eine verkleidung herstellen aufblähendes getier wie starkes malz bier ich verstehe warum jemand das geheim halten will das ist unsinn es ist perfekt es ist perfekt quidoloren ipsum quia dolor sitz amet oh shhhh nisi up aliquib ex ea comodo conseqat exceptor sen ocaecat cupidatat non freudet benutze das erste gedicht um die verkleidung zu aktivieren und das letzte um wieder du selbst zu sein fantastisch danke halte uns über deine fortschritte auf dem laufenden ja wird gemacht so können wir das einfach jetzt einfach so benutzen aufblähendes getier wie starkes malz bier ideen nehme ich mit ins boot die gedichte fließen wie ohrenschmalz wächst kreativ und tot das reicht für den moment ich will nicht die ganze zauberkraft verschwenden schwarz ist die seele vom pack mein hirn ist ein wrack der gestank wird immer schlimmer ich vermisse den star der ich einst war hinfort mit dem zombie schimmer aber wir sehen aus wie gallert das heißt wir verkleiden uns also als gallert in der zwischenzeit das kann nicht richtig sein ist das nicht ein mobbaum ich wusste nicht dass sie auf der suche nach einem mob sind nicht mehr seit meiner studienzeit und damals habe ich nur experimentiert das ist im moment nicht wichtig jemand hat mist gebaut und ich glaube ich weiß wer wally nein deine wally kann da echt nichts dafür er ist total unschuldig eine karte wurde zweimal gestohlen also sie wurde gestohlen und ausgetauscht und anschließend wurde sie nochmals die fälschung gegen eine an noch eine andere fälschung ausgetauscht so jetzt gedichtband aufblähendes getier wie starkes malzbier so ich dachte jetzt müssen wir uns das ganze geht nochmal anhören erlaubnis an bord zu kommen gallert ich dachte schon wir hätten dich verloren es braucht mehr als ein bad um den alten gallert loszuwerden ein versuch ist es aber auf mehreren ebenen wert ha 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 deine stimme klingt komisch äh ja ähm ich schätze ich habe noch ein paar liter mehr wasser in der lunge vermutlich wie auch immer willkommen zurück auf dem schiff tu mir einen gefallen und bewache diesen platz bis lechuk und iron rose zurück sind ich habe das stück an dem ich gearbeitet habe fast fertig gestellt und möchte wieder damit anfangen ich bin scarlet warum solltest du mir das anvertrauen weil du weißt dass ich dich wieder absteche wenn du es vermasselst ha 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 das ist ein guter hinweis so ein weg finden dich zurück auf der chucks schiff zu schleichen haben ja gemacht dann brauchen wir jetzt die nächsten ähm ja diese drei sachen was ist mit dir Bob hey gallert du riechst sauberer als sonst danke so kennst du das schlags slogan kennst du zufällig lechaks slogan ich versuche mehr wie er zu sein nun dann solltest du deinen slogan alle paar minuten ändern ich habe keine ahnung wie er den überblick behält und was ist da am liebsten weißt du zufällig was lechak am liebsten ist nein aber putra wahrscheinlich schon sie ist ja schließlich die köchin und so stimmt hat lechak eine titelmelodie ich plane eine überraschung lechak zu überraschen klingt nicht nach einer guten idee aber er hat kürzlich etwas über eine melodie gesagt die er komponieren lässt ich weiß nicht ob sie jemals fertiggestellt wurde ja das war das okay bis dann da gehen sie ins innere des schiffes das machen wir jetzt erstmal noch nicht ich glaube es ist nur eine skulptur ich hoffe es ist nur eine skulptur gemütlich ja das ist alles genau dasselbe dann gehen wir mal hoch ins grähennest ach guck mal wer da schläft ich möchte ihn nicht aufwecken ich kann bis zu dem riesigen affenkopf sehen Madison, Lila und Trent unterhalten sich sie sehen zufrieden aus zweifellos planen sie was sie tun werden wenn sie mit mir fertig sind nun ich werde zuletzt lachen diese dinger werden von Jahr zu Jahr vacken oder auch nicht oh, Moment mal kann man das Fernglas mit unseren Monocle nochmal verbessern damit wir besser reinzoomen können ne, geht nicht war aber natürlich eine ganz gute Idee so wie geht es mit der Melodie voran die Musik ist fertig ich schmücke sie jetzt nur noch aus geh zurück und bewache das Schiff wie ich es dir gesagt habe na gut ich nehme das was LeChuck hat LeChuck ist auf der Insel und sucht nach dem großen Geheimnis was wirst du für LeChuck kochen um zu feiern dass er das Geheimnis gefunden hat zieh mich nicht auf indem du versuchst Interesse an mir zu zeigen du hast meine Talente noch nie zu schätzen gewusst und findest ich koche nur Mist du bist die beste Chefköchin die ich je gekannt habe Chefköchin? du hast mich Chefköchin genannt in all den Jahren in denen du mich kennst hast du das noch nie gemacht ich weiß nicht was passiert ist während du über Bord gegangen bist aber ich mag diese Veränderung an dir LeChucks Lieblingsessen LeChucks Lieblingsessen LeChucks Lieblingsessen irgendwie so eine Art Slogan du bist eine schreckliche Köchin Futra ich dachte eher an etwas das er in allen möglichen Situationen benutzen würde dann habe ich keine Ahnung und die Titelmelodie geht natürlich auch nicht kennst du zufällig die Titelmelodie von LeChuck? ich weiß nicht Flair ist die Komponistin ich glaube sie hat gerade Deckdienst nein ich meine ja natürlich hat sie das ok kannst du mir ein paar Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? tut mir leid mir ist die Hauptzutat ausgegangen aber wir haben doch so ein Tentakel zufälligerweise kannst du damit Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? das ist ein Prachtexemplar ich habe es im Handumdrehen fertig guten Appetit das war's? manchmal ist einfach am besten ok nehmen wir mit ehrlich gesagt würde ich das lieber nicht tun ok also probieren geht nicht und indem wir das haben haben wir anscheinend das Ding auch fertig aber wir haben es erst fertig gehabt als wir ja als wir das Ding hier genommen haben na gut ist da unten noch irgendwas nettes? sie haben es zugenagelt jiii wir können auch mal Hunderfutter nehmen für was auch immer aber ansonsten ist da anscheinend nicht wirklich was aber ist hier eine Quizkarte? ok Quizkarte wer ist der Herausgeber der Pirate Times? David Jones war ja der Geisterpirat bei Flug der Karibik hm ja war einfach ein Versuch wert diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei der Chuck ist ja eh da drin vielleicht findet man ja was da buch stellt da fällt mir doch grad dieses Buch hier Ding ein da sind wahrscheinlich die ganzen Slogans drin es ist das persönliche Tagebuch von Le Chuck ich hätte ihn nicht als den selbstreflexiven Typen eingeschätzt es ist das persönliche Tagebuch von Le Chuck ich hätte ihn nicht als den selbstreflexiven Typen eingeschätzt 24. Mai das neue beziehungsweise kann man da noch zurückblättern? 24. Mai das neue Tagebuch das Kehlenschneider Kelly mir geschenkt hat gefällt mir sehr gut ich bin beeindruckt dass ich dieses Geschenk bekommen habe wo ich doch derjenige war der Kelly die Kehle durchgeschnitten hat ich werde jeden Tag hereinschreiben 5. Juni es ist der 5. Juni die Zeit vergeht wie im Flug wenn man Spaß hat segeln, plündern, theorisieren und so weiter 9. Juli verrückte Zeiten heute äh verrückte Zeiten heute Abend die Mannschaft hat Scharade zum Thema was ist deine peinlichste Guybrush Geschichte um den großen Kessel gespielt 1. August wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert um Bromoda zu theorisieren wir sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen leicht zu überholen und mit Voodoo Kanonenkugeln zu beschießen 3. August ich habe mich zurückgezogen und bin auf das Deck gegangen um noch ein paar Sternkarten zu erstellen habe einen guten Blick auf den Krokkrug erhascht 30. November sind an das Kalbar angekommen und haben den Anker geworfen Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet 4. Dezember habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt was für ein Spaß das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und sah aus wie ein explodierter Clown das hat schöne Erinnerungen geweckt aber ich habe den Namen des Clownes voll vergessen Notiz an mich selbst mehr Gedächtnis Übungen machen 12. Dezember ich probiere einen neuen Slogan aus dieser ist viel besser als mein letzter das neue Hauptsegel sieht zu schön aus ich schicke jemanden hoch um es zu zerreißen und zu zerfetzen damit es böse wirkt 20. Dezember die neue Mannschaft fragt mich immer wieder warum ich Guybrushs Ripwood so sehr hasse bei Guybrush kann ich mich nicht auf eine Sache festlegen es ist eine endlose Liste von kleinen nervigen Dingen mit ihm Guybrush taucht dann immer in meinem Leben auf wenn ich jetzt am wenigsten erwarte ich bereue den Tag an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hatte 25. Dezember ich habe beschlossen mir zu Weihnachten einen neuen Slogan zuzulegen erschauert die sieben Holzbeine ho 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 5. Januar ich vergaß zu erwähnen dass die Mannschaft am Tag nach unserer Ankunft in School Bay eine Geburtstagsparty für mich gab ich habe sie alle gekielholt PS der Kiel musste sowieso gereinigt werden 9. Januar denke mehr darüber nach warum ich Guybrush hasse er scheint zu denken dass wir Feinde sind Todfeinde in einem ewigen Kampf die Wahrheit ist dass er mir völlig egal ist das ist wie bei der Mücke die denkt dass wir Feinde sind obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist das man zerquetschen muss 12. Januar Iron Rose nannte mein Slogan heute abgetroschen heute morgen abgetroschen ich habe sie am Buchsprit festgemacht aber habe beschlossen es bei meinem struppigen Bart zu versuchen 1. Februar ich hatte ein langes Gespräch mit Rose während wir am Strand vor Terror Island ich liebe diesen Ort über brennende Leichen Marshmallows grillten sie ist der Meinung dass je mehr ich Guybrush als einfacher Nervenseger abtue bist du offensichtlicher werd dass er und ich wirklich Feinde sind 2. Februar ich mache mir eine Liste mit allen Gründen warum ich Guybrush Thrippwood hasse 1. ein dummer Name wer nennt sein Kind Guybrush 2. hält sich für einen mächtigen Piraten obwohl er keiner ist 3. immer auf der Suche nach dem selben Schatz wie ich 4. hat mir Elaine gestohlen 5. er bekommt viel bessere Presse als ich 7. ist nur am Ruhm der Piraterie interessiert ich lasse meinen Morden Taten folgen er redet nur 7. mein Schiff ist viel besser als seins 14. Februar oh Elaine nach all den langen Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung verdammter Guybrush der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt 17. Februar Ideen für einen neuen Slogan Blümter die sieben Holzbeine ich bin mir noch nicht sicher muss doch erstmal darüber schlafen bevor ich ihn einsetze 9. März die Möwen kreisen heute wieder über dem Schiff normalerweise waren riesige Ratten mit Flügeln mein Ding aber sie versuchen meine morgendliche Rücklinge zu stehlen und sie tünchen das Deck so sehr dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann denke darüber nach einen permanenten Sturm zu beschwören um die verdammten Dinger im Schach zu halten 15. März das Schiff ist ein einziges Chaos ich führe einen neuen Pflichtbericht für ein Schober ein 30. März heute Nachmittag habe ich neue Bestrafungstechniken ausprobiert Wallfanghagen waren sehr effektiv muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen erst im Nachhinein ist mir die Anregung von Rose eingefallen den Schifffahrts nicht als Testperson zu verwenden ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen weil sie es mich hat vergessen lassen 1. April ich habe beschlossen die Meere nicht mehr zu terrorisieren wenn wir im Hafen ankommen werde ich mich um Wohltätigkeitsarbeit kümmern meine Beute ausgraben und meine Opfer entschädigen ganz oben auf meiner Liste steht mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen ja ja ein 1. April Scherz 2. April ha 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 ich lach mich kaputt 9. April ich habe beschlossen mein Slogan in 3 plus Fluch zu ändern kurz und knapp gefällt mir 10. Problem das Problem mit dem neuen Slogan man hört den Namen 3 plus Fluch zu oft ich gehe zurück zu dem was den ich am 17. hatte Wörtermein die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren aber jetzt wo sich sie auf der Ship ist können sie sowieso nicht in die falschen Hände geraten ich hätte Wally meine persönliche Chiffre benutzen lassen sollen aber wollte sie fester an mich binden ich werde mit den wehleitigen kleinen Cuttenmacher darüber reden sobald ich das Geheimnis gefunden habe 8. Mai Jensi und Matt Flora haben Guybrush beim Abendessen erwähnt muss Ersatzleute einstellen vielleicht auf Melee, wo ich schon mal Voodoo-Vorräter aufstocke 10. Mai im Hafen von Melee angelegt das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von der Ship überraschenderweise nicht beeindrucken ach ich vermisse die alten Zeiten Notiz an mich selbst beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören 14. Mai ich habe mir gerade eine neue super Beleidigung ausgedacht hehehe ich lach mich kaputt und Guybrush in den Tod geschickt heute Abend wird gefeiert Notiz an mich selbst Einer in mein Beileid aussprechen Ok, das letzte Slogan das wir hatten war das, den ich am 17. hatte Plünder die sieben Holzbeine ist es also Müsste das jetzt nicht auch abgehackt werden? Wir haben doch jetzt den Slogan Ist irgendwie seltsam, dass er das nicht anerkennt Naja gut Aber wie dem auch sei, lasst uns hier mal eine kleine Pause machen und im nächsten Teil schauen wir nochmal nach dem Slogan ob das geht oder ob das nicht geht Ich weiß es nicht Vielleicht funktioniert es ja auch wenn wir den Slogan den Piraten so sagen Müssen wir mal probieren Und wir brauchen auf jeden Fall noch die Titelmelodie Da müssen wir auch noch irgendwie rankommen Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen Macht's gut, bis zur nächsten Folge Tschüss